TV Berlin ist ab sofort jetzt auch als Livestream im Internet überall empfangbar. Unter der gewohnten Adresse tvb.de finden Sie den entsprechenden Button, mit dem Sie unser Programm ab sofort von überall aus sehen können. Mit 2,5 Millionen Haushalten, die uns technisch empfangen können, hat TV Berlin damit seine potenzielle Zuschauerzahl steigern können. Bereits neueste Zahlen belegen, dass mit rund 140.000 Zuschauern in der Primetime der Hauptstadt-Sender immer beliebter wird. Unser Seherkreis steigert sich nunmehr um ein Vielfaches, denn der Trend zum Bewegtbild im Internet ist immer noch ungebrochen. Als Highlight überträgt TV Berlin am Mittwochabend 18 Uhr das Spiel Valencia gegen Alba Berlin live aus Spanien. Nun also als Livestream auch im Internet überall empfangbar. Selbstverständlich bieten wir auch weiterhin auf tvb.de all unsere Sendung als Mediathek an. Also falls Sie wieder erwarten, etwas verpasst haben sollten, kein Problem. TV Berlin zeigt Ihnen das umfangreiche Programm des Hauptstadt-Senders zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ob im Videoportal oder nun also auch als Livestream. TV Berlin zeigt Ihnen Geschichten aus unserer Hauptstadt. Also einschalten oder sich reinklicken auf tvb.de. auf bodygerieg.ing. h à or